ja hallo mein name ist thomas und ich habe heute eine idee woran eigentlich alle teilhaben können wie viele von euch wissen bin ich seit ungefähr einem halben jahr bei instagram und bestöbere so die gesamte woodworking welt und bin immer auf der suche nach interessanten bildern nach interessanten sachen die leute gebaut haben so bin ich auch auf die bottle opener gestoßen und es gibt unzählige woodworker die irgendwelche halterungen bauen wo sie diese bottle opener dann anstrauen so bin ich auf die idee kommen mir einfach mal einen oder eher gesagt zwei zu bestellen und habe mir gedacht man könnte doch einen kleinen wettbewerb daraus machen so möchte ich heute möglichst viele leute dazu aufrufen einfach mitzumachen eine halterung zu bauen woran dieser bottle opener festgeschraubt wird soll jetzt nicht einfach ein brett sein wie das hier neben ist sondern irgendeine kreative idee welche man dann auf der terrasse oder balkon einfach aufhängen kann so gibt es zum beispiel die möglichkeit einen schönen halter zu bauen wo unten ein kasten dran ist wo die kronkorken einfallen oder eine andere idee ist zum beispiel ein brett wo von hinten ein magnet dran ist und der kronkorken nach dem öffnen der flasche daran hängen bleibt ja ihr seht es gibt unzählige ideen und ihr könnt ja auch einfach mal ein bisschen euch im internet umschauen oder vielleicht habt ihr schon sogar eigene ideen mich würde es so freuen wenn möglichst viele leute daran mitmachen ich möchte gleich sagen es gibt nichts zu gewinnen ich mache das einfach nur zum spaß und ich denke jeder der mitmacht wird daran auch seinen spaß haben ja ich habe mir das dann so gedacht ich werde natürlich auf meinem blog noch einen kleinen bericht dazu machen wie ich mir diesen ganzen contest vorstelle und über die kommentarfunktion können natürlich weitere ideen mit eingebracht werden ich habe mir gedacht am ersten fünften geht es los mit dem bau und ich lasse ungefähr vier wochen zeit bis zum ersten sechsten so dass jeder seinen halter bauen kann und dies natürlich auch über foto oder video festhalten kann am ersten sechsten wäre es dann sehr interessant wenn überall ganz viele videos oder blog berichte erscheinen mit diesen halterungen von den bottle opener das muss nichts großes sein das muss kein ewig langes video sein aber einfach eine kurze idee wie man das gebaut hat und wie es dann letztendlich auf dem platz hängt wofür es bestimmt ist also ich werde meinen bericht schreiben ihr schaut einfach vorbei und ich würde mich freuen von möglichst vielen zu hören dass sie mitmachen also bis dann Prost